Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu dieser Filmkritik. Es geht um den Comedy-Film Pain and Gain, der gerade in den Kinos läuft. Er ist 129 Minuten lang, das ist für einen Comedy-Film eigentlich relativ lang, aber das macht hier gar nichts, denn der Film ist wirklich super. Er hat zwar so seine Längen, aber er ist super. Regisseur war Michael Bay, der große Michael Bay, der schon jede Menge richtig gute Filme gemacht hat. Es war noch nie wirklich ein Comedy-Film, aber macht nichts, denn der Film ist wie gesagt durchaus super. gemacht hat Michael Bay, also Regisseur war Michael Bay auch. Bei Armageddon das jüngste Gericht, bei Pearl Harbor, Bad Boys hat er gemacht, Transformers hat er gemacht und Die Insel zum Beispiel, also jede Menge Filme und jede Menge gute Filme auch noch dazu. Mitspielt in Pain and Gain jede Menge bekannter Leute. Mark Wahlberg aus The Fighter zum Beispiel, Twayne Johnson, Twayne The Rock Johnson aus Fast and the Furious oder G.I. Joe, der neue Welcome to the Jungle und so weiter und so fort. Anthony Mackie, das ist der dritte im Bunde, den kennt man vielleicht aus Real Steel, da spielt er zum Beispiel mit. Dann spielt noch Ed Harris mit, den kennt wahrscheinlich jeder. Ich kenne den zum Beispiel aus The Rock, aus dem Film The Rock. Ja, irgendwie komisch, dass The Rock mitspielt und ein Typ mitspielt, der in The Rock mitspielt. Ist egal, so. Und dann noch, da weiß ich jetzt leider nicht, Tony Schauhopp heißt er glaube ich. Auf jeden Fall, den kennt jeder, das ist nämlich Monk, also der Typ, der Monk gespielt hat. Das sind die ganzen Schauspieler. Die drei Hauptaussteller, das sind eben Mark Wahlberg, Twayne Johnson und Anthony Mackie. Die spielen drei Bodybuilder, die, naja, große Kohle machen wollen. Das ist allerdings als Bodybuilder, die einfach nur im Fitnessstudio arbeiten, nicht so super einfach. Beziehungsweise, die arbeiten nicht mal alle im Fitnessstudio, egal. Auf jeden Fall denken sie sich, nein, wir wollen mehr Geld, wir müssen wen überfallen. Und deswegen versuchen sie, sich jedem mehr Geld anzueignen. Das geht auch gut sogar. Und, naja, das Geld ist dann aber auch irgendwann wieder weg und so weiter und so fort. Und, also, die Geschichte dreht sich eben darum, dass die drei Typen illegale Dinge tun, um sich Geld zu beschaffen. Und dann das Geld auch wieder ausgeben in Hülle und Fülle. Twayne Rock Johnson spielt dabei einen kompletten Vollidioten. Einen Bodybuilder, der aber ein kompletter Vollidiot ist. Und super lustig. Also, das ist meiner Meinung nach die coolste Rolle, die Twayne Johnson bisher gespielt hat. Weil der einfach nur grandios lustig ist. Finde ich jetzt. Ist meine Meinung. Wie immer. So. Äh. Ja. Ansonsten kann man, will ich zu dem Film gar nicht so viel sagen. So viel kann man auch gar nicht mehr dazu sagen. Er ist, wie gesagt, also in meinen Augen ist er super lustig. Die Story ist, äh, irgendwie komisch. Aber sie basiert auf einer realen Geschichte. Also das, was hier in diesem Film passiert, das ist auch irgendwann schon mal in echt passiert. Aber die Story ist einfach komisch. Was daran liegt, dass diese drei Typen, diese drei Bodybuilder einfach nur unglaublich blöd sind. Und, äh, dass man sowas macht, kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen. Aber es ist tatsächlich echt, äh, mal passiert. Und zwar wirklich, wirklich in echt passiert. Und nicht so wie in The Conjuring, wo vielleicht zwei Sachen mal in echt passiert sind. Sondern das hier basiert wirklich auf einer wahren Geschichte. Was die Geschichte jetzt allerdings nicht wirklich glaubwürdiger oder besser macht. Also so toll ist die Story leider nicht. Und, wie gesagt, 129 Minuten ist lang für einen Comedy-Film. Das, äh, ja, also es gibt schon so Stellen, an denen man denkt, ja, komm, wie geht's, äh, jetzt, jetzt mach mal weiter, ne, jetzt ist mal gut. Äh, so, so ein bisschen streckt sich der Film dann schon. Das sind aber auch die einzigen negativen Gesichtspunkte, die ich jetzt irgendwie an dem Film hab. Also, dass es ab und zu sich mal zieht und dass die Story eben Banane ist. Aber, naja, es basiert auf einer wahren Geschichte. Das ist ja immerhin schon mal was. Ähm, und da der Film mir wirklich super gefallen hat. Also, ich hab wirklich gelacht bei dem Film. Ähm, fand ihn wirklich toll. Gut, ich bin auch nochmal großer Dwayne Johnson und Mark Wahlberg Fan. Das hat die ganze Sache dann sowieso nochmal, äh, für mich persönlich. Ein bisschen geändert, also deswegen hat der Film bei mir sowieso schon Pluspunkte eingeheimst. Deswegen, insgesamt bekommt der Film von mir 8 von 10 Punkten. Das war's soweit von mir. Falls ihr Pain and Gain ebenfalls gesehen habt, könnt ihr mir immer in die Kommentare schreiben, wie euch der Film gefallen hat. Das war's soweit von mir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.